hallo zusammen jedes jahr im herbst wird mein trompetenbaum entastet steht da drüben dazu gibt schon ein video aber heute möchte ich euch meinen häcksler vorstellen meinen viking häcksler ein messer häcksler und das teil ist sehr alt aber unglaublich kräftig nach dem intro geht's los es handelt sich eben um dieses modell se 23 23 hat keinen drehstromanschluss ist aber trotzdem enorm kräftig ich baue das jetzt mal auseinander und dann schauen wir uns mal das messer und die weiteren teile an diese schraube muss ich zunächst lösen das ist ein messer häcksler und kein leiser häcksler ein leiser häcksler hat ja walzen die das schnittgut eigentlich quetschen und somit zermalmen dieses hat ein scharfes messer und eine unglaublich solide stahlplatte als schwungscheibe die größe variiert man so bei dreieinhalb bis viereinhalb zentimeter man kann weil es ja abgeschärbt wird das holz auch deutlich größere stücke hiermit zerschreddern oder zerschneiden damals gab es noch 220 volt nicht 230 wie heute eine leistungsaufnahme von 2800 watt und die drehgeschwindigkeit kann ich es hier nicht sehen aber es rotiert ziemlich ziemlich schnell und kann somit auch wenn das messer scharf ist deutlich schneller häckseln als ein walzen häckseln wie gesagt der nachteil ist die lautstärke der einfülltrichter ist ziemlich hoch ich habe hier eine starke gummi matte die verhindern soll dass das schnittgut zurückspritzt das geht auch gut liegt hier drin und schwapp zurück wenn ich der schnittgut rein werfe bau 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Firma Viking wurde mittlerweile von Stihl aufgekauft. Er ist also ein renommierter Hersteller von Gartengeräten, besonders von Kettensägen. Mein Töchterlein hilft prima mit. Super, wir haben hier einiges geleistet. Der ist mindestens, also gefühlt zehnmal schneller als ein Walzenhäcksler, dafür aber auch zehnmal lauter. Aber das geht ja ratzfatz und ist sehr effektiv. Das Häckselgut eignet sich übrigens hervorragend zum Mulchen. Und es ist noch recht feucht, wird dann aber abtrocknen. Und ich habe vor, das hier unter diese Hortensienhecke zu verteilen. So, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Das Gerät ist richtig stark. Es hat echt Power. Und ich habe damit schon einiges geleistet. Das verdanke ich meinem ehrenwerten Schwiegervater, der mir das Gerät vermacht hat. Herzlichen Dank hierfür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniert doch meinen Kanal. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut.